Zentrale, der Einsatz ist abgeschossen. Wir haben den Verdächtigen. Auf Zentrale, sehe den Ziel 1044 mit hoher Geschwindigkeit entlangs Redwood 1. Gebe nicht den Kahn. Ich versuch während des Rennens alle 1044er zu verhauen. Zentrale, habe Verdächtigen im Blick. Leere mich der Verfolgung. Ich habe seinen Anbieter aufgeschaltet. Er verliert Tempo. Versuche ihn einzutreifen. Aufpassen. Verdächtige wollen unsere Wagen beschädigen. Der Verdächtige wird nicht anhalten. Setze Einsatz fort. Dieser Ziel 1044 knallt in alles rein, was sich bewegt. Der Verdächtige wird nicht anhalten. Ich verstanden. Zentrale, 1044 hat mich im Visier, der geht einfach nicht nach. Zentrale, alle Systeme sind auf der Straße. Verdächtiger will uns ausschalten. Zentrale, ich wurde absichtlich angegriffen. Fahrzeugsysteme sind aufgefallen. Der Racing ist richtig hart, bleib auf Kontrollen. Zentrale, dieser Kahn ist ein 1042. Officer meldet, Racer verhalten sich und sich zurück gegenüber öffentlichem Eintrug. Opzile waffen Hindernisse auf die Straße. Verdächtiger zu schließen, verdächtiger zu schließen. pathetic. Kautalverdächtiger getroffen! Jetzt hat er es endlich gemerkt! Zentrale Rennen wurde erfolgreich gestoppt! Rennen aufgelöst! Das war schneller Arbeit da draußen aufgesagt! Sie ist verloren! Der ist weg, Zentrale! 18-4, Verfolgung beendet! Bleibt wachsam! Aufs Zentrale sehe den Ziel 10-44 mit hoher Geschwindigkeit entlang Eastboot-Rise. Gebe Lichtsignal! Ich habe verstanden! Das Rennen so schnell wie möglich beendet! Kontrollbestätigter Treffer am 10-44! Auf Racer wurde attackiert! Strahl ist entlang! Strahl ist ein weitermal! Als es ein weiteres 10-44 hängt von meinem Gewicht aufgetaucht! Du steckst ihn wieder ab! Guck mal! Guck mal! Kontrollverdächtiger geht zur Offensive, übersetzte Verfolgung fort. Verdächtiger entdeckt, bin wieder hinter ihnen. Ich bleibe am Verdächtigen dran, bin weiter Code 3. Habe Verdächtigen wiedergefunden, bin wieder dran. Nicht kontakt zu weiteren Verdächtigen, bin noch auf Code 3. Verweiß T-44, attackiert. Verdächtiger gefasst und im System. Verhaftung aufgenommen und bestätigt. Verweiß T-44, attackiert. Verweiß T-44, attackiert. Verweiß T-44, attackiert. Verdächtiger gefasst und im System. Verhaftung aufgenommen und bestätigt. Verdächtige F 말�ainER Verweiß Vindlement, skrarnato... Verweiß T-44, attackiert. Uffert Rad astimeości. Habe 10.44 in Sicht, unterwegs auf Eastmond Rice. Kümmere mich um Festnahme. Roger, es muss versucht werden, alle Verdächtigen während des Rennens zu fassen. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Fettig, Gewalt an! Fettig, Gewalt an! Fettig, Gewalt an! Verwurriert die Festnahme! Fettig, Gewalt an! Fettig, Gewalt an! Fettig, Gewalt an! Fettig! Fettig! Fettig, Gewalt an! Ich habe hier Probleme mit einigen Bordsystemen, setzte Verfolgung bis auf Weiteres drauf. Ich habe hier Probleme mit einigen Bordsystemen, setzte Verfolgung bis auf Weiteres drauf. Bordsysteme, gut gemacht. 10.44 Verhaftung festgehalten und im System. Kontroll, der Ranger wird schneller. Verkehrspolizei vor seiner Position alarmieren. Entschuldigung, gut gemacht. Verdächtiger wieder in Sicht, bin auf Lose 1. Angriff erfolgreich, Racer fahrungsfähig, ich versuche ihn zu verhachten. Zentrale Verdächtiger richtet Jett, an dem Friedenbein für sich in seine Linke aus. Alle Einheiten, Racer zerstören öffentliches Eigentum mit ihren Autos, verhümbare Einheiten melden. Der Racer geht jetzt richtig Gas, leider auf Kurzweil. Brennen wurde unterbunden. Zügiges Einsatzende, beeindruckende Arbeit, Officer. Lose 2 Kurs Eigentum Wurde 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 Auf Hinweis auf möglichen 1044 in der Nähe, sehen wir das näher an. Alle Einheiten, Verfolger eines 1041 auf Last Stallion Ranch, könnte ein Colt-3-Ansatz sein. Verdächtiger gibt alles, bin noch hinter ihm. Aunein. Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf Riverside Drive gesichtet. Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer. Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer. Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer. Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer. Fünftiger Racer mit hohem Tempo auf der Fünftiger Racer.